Mit unserem Instant-Ticker könnt ihr im Linux-Terminal Webseiten live auf bestimmte Schlagwörter überwachen lassen und euch so einen kleinen Live-Ticker basteln. Ihr braucht dafür Sanity und den Instant-Ticker. Gebt eine Adresse ein, Kicker bei Twitter zum Beispiel, wie viele Ergebnisse ihr sehen möchtet, alle wie viele Sekunden die Webseite abgerufen werden soll. Und dann gebt ein paar beliebige Schlagworte ein, ob das nun Fußballmannschaften sind oder Tagesereignisse, die ihr bei Spiegel oder sonst wo überwachen lassen wollt. Bleibt euch überlassen, markiert mehrere und übernehmt mit OK. Jetzt wird das Skript abgerufen und hier seht ihr auch schon, schön hervorgehoben die Ergebnisse. Wir haben nach Mainz suchen lassen. Bastelt dann noch ein wenig am Terminal-Fenster rum, entfernt die Dekorationen, zieht es kleiner, bis es richtig schön passt und nur noch die Ergebnisse gezeigt werden. Diese werden jetzt, wie angegeben, alle 20 Sekunden aktualisiert und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Dafür benötigt ihr das Skript, das gibt es bei uns und Sanity. Danke. imy